An einem Vormittag im Oktober wurde ich in der üblichen kommentarlosen Weise von meiner Bohrmaschine geholt, aber nicht wie sonst in den Keller, sondern in die Kleiderkammer gebracht, in der ich meine Privatsachen mit der Aufforderung, mich umzuziehen, bekam. Fröschi bekam auch ihre Kleidung und wurde im Anschluss daran mit mir zusammen nach Karl-Marx-Stadt ins Staatssicherheitsgefängnis gefahren. Wir saßen in einzelnen Kabuffs in einem Barkas, wie auch schon zu Beginn dieses Abenteuer-Ausfluges. Fröschi war vollkommen überkandidelt, sodass ich sie kaum wiedererkannte. Da Befehle schon im Strafvollzug keinen Eindruck auf sie machten, hatte unsere Begleitung, die sie immer wieder aufforderte, den Mund zu halten, jetzt überhaupt keine Chance, sich durchzusetzen. Sie plapperte wirres Zeug und schien überglücklich zu sein. In Karl-Marx-Stadt wurden wir zusammen mit zwei anderen Strafgefangenen, die aus Hoheneck kamen, in eine Vierbettzelle gesteckt. Wir durften den ganzen Tag lang machen, was wir wollten. Im Bett liegen, lesen, dösen oder miteinander reden. In den ersten Tagen empfanden wir diese Faulenzerei als etwas Wunderbares. Nach einer Woche hatte sich das Hochgefühl allerdings erschöpft, denn inzwischen waren wir ausgeruht und die Geschichten der letzten Monate waren erzählt. Da selbst dieser staatlich organisierte Menschenhandel in aller Form über die Bühne gehen sollte, wurden wir aufgefordert, unsere Gründe für unser Wegwollen detailliert aufzuschreiben. Ich bin nicht sicher, ob die Gründe, an die ich mich heute erinnere, auch damals so in mir waren und von mir formuliert wurden. Ich erinnere mich nur noch bruchstückhaft an all das, was mich in meiner jugendlichen Kraft und Ungeduld eingeengt und zur Verzweiflung gebracht hat. Bevormundung durch den Staat und die staatstreuen Mitbürger, die Überwachung durch Feind und mitunter auch Freund, die gruselige Einengung des Geistes. Latein wurde nur an wenigen DDR-Schulen gelehrt. Englisch war ein freiwilliger Luxus, den man im Ernstfall erst im Rentenalter anwenden konnte. Und mal ehrlich, wer kümmert sich freiwillig mit zehn Jahren um die Annehmlichkeiten im Rentenalter? Linientreue wurde mehr Bedeutung beigemessen als einer humanistischen Bildung.